Heyo, herzlich willkommen. Hier jetzt mal ein anderes Video. Ich habe gerade den Stream angeschmissen und da habe ich nochmal den Tag ein bisschen Revue passieren lassen, so im Anlauf. Und da ist mir was aufgefallen, was ich glaube ich mal ansprechen möchte. Ich glaube, wo auch keiner sich zu sehr angegriffen fühlt, weil ich weiß, Ernährung, großes Thema immer. Fisch, Fleisch, Milchprodukte, darum soll es heute gar nicht gehen. Jeden das Seine, sowieso, jeden das Seine. Auch bei dem Thema jetzt, jeden das Seine. Aber, als ich heute mal vegan eingekauft habe, ich habe es mal probiert, mal gucken. Warum nicht? Darum geht es, wie gesagt, nicht. Da ist mir aufgefallen, das ist überhaupt nicht das Problem, vegetarisch, vegan einzukaufen. Ja, es gibt so viele Sachen. Die Läden sind voll mit allem möglichen Kram. Und nicht nur Ersatzprodukte, ist mit allem voll. Ich stehe auch gar nicht so auf Ersatzprodukte, da ist meistens anderer Shit drin. Muss gar nicht sein. Den Kram kann man einfach weglassen. Man kann ganz viel weglassen, man kann sich trotzdem noch gut ernähren. So, habe ich heute festgestellt, gar kein Problem. Was das Problem ist, und deswegen mache ich das jetzt auch als Video auf YouTube, ist, dass überall Zucker drin ist. Überall. Ihr glaubt es nicht. Wenn ihr wirklich euch mal vor so ein paar Regale stellt. Einfach Lebensmittelregale, stellt euch davor. Ihr guckt, lasst den Blick streifen. Und dann überlegt ihr im Kopf, geht ihr durch, wo bin ich mir sicher, dass da kein Zucker drin ist. Dann sind das meistens ein Bruchteil der Produkte, die da stehen. Und dann geht ihr hin und guckt und ein Bruchteil davon ist tatsächlich wahr. Und da ist kein Zucker drin. Also zumindest ist es oft bei mir so. Ich denke oft, warum sollte denn da Zucker drin sein? Warum sollte denn da Zucker drin sein? Ja, dann fragt man sich, warum ist denn da Zucker drin? Warum ist denn in jedem Produkt, ob man im Kopf hat, dass das süß sein soll oder nicht, Zucker drin? Und ich rede jetzt nicht nur von, da steht hinten drauf Zucker, Rohrzucker, whatever. Sondern das ist ja auch oft unter Decknamen, sage ich mal. Ja, also auch wenn da Fruktose steht. Fruktose ist auch Zucker, der nicht unbedingt in jedes Produkt reingehört. Fruktose kriegen wir mehr als genug über Obst und Gemüse. Reicht. Glucose. Es gibt sehr viele Namen für Zucker. Dextrose ist ja auch Fruchtzucker. Guckt euch das mal an. Wo ist denn bei Zucker drin, der da gar nicht reingehört? Und dann wird man sehr schnell skeptisch. Also ich werde da sehr schnell skeptisch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich werde da sehr... Maltodextrin, auch ein gutes Beispiel. Ich werde da sehr schnell skeptisch, wenn ich merke, oh, warte mal kurz. Ich weiß nicht genau, warum das da reingehört. Ich will hier gerade irgendwas kaufen. Und ich sage jetzt mit Absicht keine Beispiele. Weil das gar nicht nötig ist. Weil jedes Lebensmittel, das irgendwie eine Industriestufe hinter sich hat, da ist Zucker drin. Nicht jedes, natürlich nicht. Es gibt ja Ausnahmen. Das ist aber schwer, die zu finden. Und da fragt man sich natürlich, warum. Warum? Natürlich, Zucker macht süchtig. Zucker macht süchtig. Wie Kaffee. Wie Heroin. Wie ist das Zucker-Sitron? Natürlich, ist okay. Wie auch Casein. Da ist ein Käse drin. Ist geil, das macht den Käse geil. Deswegen steht man so auf Käse. Casein. Ist nicht schlimm. Casein? Aber Zucker ist überall drin. Zucker ist nicht gesund. Das wisst, glaube ich, die meisten von euch. Natürlich ballere ich mir jetzt keinen Zucker. Ey, das Gehirn sagt immer, geil Zucker, gib mir Zucker. Das Gehirn ist mega scharf auf Zucker. Deswegen, ihr würdet am liebsten Zucker bestimmt auch löffeln. Genau wie ich. Und wenn man Nutella isst, dann löffelt man auch quasi Zucker. Und manchmal, das ist auch vollkommen okay. Das Problem ist eher, dass mich, wer war es? Ja, Paco hier erschreckt im Stream. Das Problem ist eher, dass man sich den Zucker die ganze Zeit reinballert. Die ganze Zeit. In jedem Lebensmittel, ob man es weiß oder nicht. Ich glaube, was mich am meisten erschreckt hatte, war, als ich gemerkt habe, dass in so gut wie allen sauren Gurken Zucker drin ist. Ich habe gedacht, saure Gurken, super. Ja, ich ernähre mich ja schon zuckerfrei quasi. Habe ich geguckt, nein, ich ernähre mich nicht quasi zuckerfrei. In fast jedem Lebensmittel, das ich esse, war Zucker drin. Das ist echt, also ich habe damit vor einem Jahr oder so angefangen, dass ich da ein bisschen mehr drauf geachtet habe. Und dass ich gesagt habe, ich will mal von Zucker runter. Und dann hat es mich eine Woche gekostet, gedauert ungefähr. Ja, sag mal, sag mal mal drei, vier Tage. Und er hat den Zug eingesetzt. Es ist wirklich so. Man ist dann in einem Tief. Bei jedem ist das unterschiedlich. Manche spüren das gar nicht. Andere sehr extrem. Bei mir war es so Medium. Ja, ich hatte so leichte Stimmungsschwankungen. Die Stimmung ging runter. Sie war gedrückt. Ich habe mich energie- und antriebslos empfunden. Einfach, weil mein Körper gesagt hat, wo ist der ganze Zucker, den du sonst zu dir nimmst? Überall ist fucking Zucker drin. Und wenn er dann weg ist, dann natürlich reagiert der Körper darauf. Der Körper sagt, hm. Und wisst ihr was? Nach ein, zwei Wochen, da ging meine Leistung nach oben. Da ging meine Produktivität nach oben. Meine Stimmung ging nach oben. Ich habe mich gesünder gefühlt. Und es war besser. Und warum macht die Industrie das da rein? Weil es süchtig ist. Weil es süchtig macht. Weil der Kopf die ganze Zeit sagt, gib mir Zucker. Das ist ganz, das ist auch gar nicht böse gemeint von eurem Gehirn. Ich sage immer Gehirn. Normalerweise, natürlich der Körper braucht ganz viele Stoffe und so weiter. Aber Zucker, da sagt das Gehirn immer, gib mir mehr. Das ist Power-Nahrung fürs Gehirn. Das Gehirn findet das richtig, richtig geil. Das kann davon nicht genug kriegen. Und das gibt auch, ihr merkt das ja, wenn ihr einen Schokoriegel esst, ihr habt einen kurzen Energieschub, das Gehirn sagt, ja geil, ich habe Leistung. Und nach 5 Minuten geht es ihr nach unten. Es ist immer, es ist nur ein kleiner Booster. Und der Industriezucker, der ja das Schlimme ist vor allen Dingen, der wird ja überall reingeballert. Egal wie er genannt wird. Es ist meistens Industriezucker. Oft ist es auch einfach nur, steht auch einfach nur da, Zucker. So, bam, ist Industriezucker. Das ist einfach das hochkonzentrierte, einfach, ich will nicht Heroin fürs Gehirn sagen. Heroin ist Heroin, Zucker ist nochmal, Zucker ist nicht so, ist nicht so wie Heroin. Das Problem ist, Heroin ist nicht überall drin in allem, was wir täglich essen. So, und deswegen war es mir einfach mal wichtig, dass ich da mal ein kurzes Video zu mache, dass ich es hier mal sage, weil ich glaube, dass einfach das schlecht für den Körper ist, das schlecht für die, also das schlecht für die Gesundheit. Moment, es ist nicht nötig und ich möchte gerne, dass es euch gut geht, denn je länger ihr lebt, desto mehr Geld könnt ihr verdienen, dass ihr in Star Citizen steckt und wenn ihr Geld in Star Citizen steckt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Star Citizen groß und erfolgreich wird und dann verdiene ich als Content Creator natürlich Milliarden. So, das ist der, das ist der langfristige Plan. Also mir geht es null um eure Gesundheit, ist mir komplett egal, was ihr isst. Mir ist nur wichtig, dass, nein, ich mache natürlich nur Spaß, aber das ist halt, es ist halt so verrückt. Ich lese mal kurz ein paar Kommentare, weil es ist, es ist ein Thema, über sowas rede ich hier sonst nicht. Ich, ich, ich sehe das nicht mehr groß als was Politisches. Es gibt da politische Elemente. Eiei, lass uns nicht damit anfangen, ja? Ernährung, ähm, wie gesagt, lass uns nicht damit anfangen, ne? Ich rede nur, ich rede nur mal kurz darüber. Ähm, Mozart schreibt, ich müsste mich vermutlich einschließen für den kalten Entzug vom Zucker. Ja, man kann ja erst mal aufhören mit Süßigkeiten oder sowas. Ich liebe Gummibärchen, Leute. Und die, ja, nachdem ich, ich bin immer so, ich mache das, ich verzichte erst mal ganz drauf, ich gucke, wie das ist und dann erlaube ich mir dieser Ausreißer. So, dann erlaube ich es mir, dass ich mal Gummibärchen esse. Aber, aber Leute, das ist, es ist ein krasser Effekt, Leute. Ihr glaubt, ihr glaubt es nicht, wenn ich euch das jetzt so erzähle. Aber es war wirklich so, ich konnte manche Dinge hinterher nicht mehr essen, weil die viel, viel zu süß waren. Wenn du keinen Zucker mehr isst für eine Weile, dann entwöhnt sich der Geschmack, also man, man ist so betäubt einfach, die, 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 der Gaumen ist so betäubt, betäubt von dem ganzen Zucker, der in allem drin ist, dass man dann auf einmal Dinge als süß wahrnimmt, die man vorher gar nicht als süß wahrgenommen hat. Und am besten merkt man das, glaub ich, daran, wenn man hochprozentige Schokolade isst. Habe ich auch vorher schon gerne. Aber auf einmal ist selbst die hochprozentigste Schokolade, wo nur ein bisschen Zucker drin ist, super süß für mich, was super geil ist. Ist viel gesünder. Aber auch sowas wie saure Gurken, habe ich ja eben schon angesprochen, ich kann die nicht mehr essen, weil die für mich schmecken wie gezuckerte Gurken. Es ist kein Witz. Ich liebe saure Gurken. Ich esse auch noch gerne saure Gurken, aber nicht mehr die, die industriell mit Zucker versetzt wurden, weil es einfach nicht geht. Ganz oft ist, und auch wenn ihr, also es passiert so oft überall, dass wenn ich Dinge esse, ich merke, dass die einfach voller Zucker sind. Ich qualle einfach das so, hä, ich esse hier gerade eine Bulette. Warum schmeckt die? Bulette, ich bin Vegetarier, ist ein schlechtes Beispiel. Aber es ist oft, sehr oft passiert, dass ich Dinge gegessen habe, wo ich vorher überhaupt nicht realisiert habe, wie süß die sind. Und wisst ihr, was ein geiler Nebeneffekt davon ist? Wenn ich jetzt sowas esse, wie einen Apfel, wie eine Weintraube oder so, die Fruchtzucker enthalten, dann ist das eine Explosion. Das schmeckt viel, viel geiler. Weil einfach dieser Zucker viel mehr zum Tragen kommt, dieser natürliche Zucker. Ich ballere mir die rein und ich denke so, oh, schmeckt geil intensiv, weil mein Gaumen nicht mehr die ganze Zeit in jedem Aspekt meiner Ernährung Zucker zugeführt, wenn nicht immer Zucker zugeführt wird. So, ähm, ja Paco schreibt, hast du ganz zuckerfrei gemacht oder Industriezucker? Weil etwas natürlicher Zucker braucht man ja. Erstmal, nein, man braucht keinen natürlichen Zucker, beziehungsweise Früchte enthalten Zucker, der ist auch normal und so weiter, aber der Körper, die Spucke, die zersetzt Kohlenhydrate im Zucker. Wenn du Brot isst, das kaust, wird es nach einer Weile süß. Der Körper, könnt ihr ja jetzt machen, könnt ihr jetzt ein Stück Brot nehmen und kaut das ganz, ganz lange, irgendwann fängt das an süß zu schmecken, weil das gespalten wird in Einfachzucker oder so. Ah, genau, hat man irgendwann mal in der Schule gelernt, so genau weiß ich auch nicht mehr. Braucht man nicht unbedingt, aber man fühlt sich sehr durch Obst und Gemüse, dass man sowieso essen sollte, mehr als genug zu. Also das sowieso. Und ich habe ganz zuckerfrei sozusagen gemacht. Abgesehen von Früchten natürlich. Also ich esse auch Honig noch super gerne. Wenn ich mir meinen Haferbrei mache, dann mache ich da Honig rein, weil ich es geil finde. Es geht ja nie darum, dass man auf irgendwas komplett verzichten muss, was man gar nicht will. Es ist ja nur, man macht das ja für sich. In erster Linie macht man Zucker. Zucker, andere Sachen mache ich vielleicht auch aus anderen Gründen. Zucker mache ich für mich und weil ich es sehr suspekt finde, wenn die komplette Lebensmittelindustrie überall Zucker reinballert. Ich finde, es ist immer ein Warnsignal, wenn man auf irgendwas drauf guckt, auf die Inhaltsstoffe und da sind vier verschiedene Formen von Zucker. Man denkt ja manchmal sogar, ach, da ist ja nicht so viel Zucker drin. Dann guckt man, weil Zucker irgendwie nur an vierter oder fünfter oder sechster Stelle steht. Aber dann guckt man danach, da steht Zucker, Maltodrextrin, Fruktose, dann noch irgendein Name von Zucker, den du noch gar nicht kennst. Und wenn du das alles zusammenrechnest, wäre Zucker auf einmal die meiste Zutat. Und dann, ey, ihr seht, was ich meine. Die Industrie trickst da auch sehr viel. Und das ist halt das Ding. Das ist das. Also ich habe dann wirklich mal entschieden, ich will mal komplett ohne Zucker. und es hat sich so gut angefühlt und es hat so gut funktioniert und es ist auch kein Problem. Das ist ja immer das Ding. Immer werden alle Ernährungsumstellungen so dargestellt, als ob das so, oh nee, dann kann ich ja gar nichts mehr essen. Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist natürlich, jetzt kann ich halt das eine oder andere Fertigprodukt nicht mehr essen. Wisst ihr was? Mein Leben verschlechtert sich dadurch nicht. Im Gegenteil. Wirklich im kompletten Gegenteil. Aber ich esse trotzdem gerne mal ein Gummibärchen. Also das ist auch, ist immer kein Entweder-Oder-Ding. Mozart schreibt, Bruchzucker ist ja auch nicht das Problem, was er meint, denke ich. Ja, stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich esse auch Industriezucker noch. Aber kommt vor. Ich habe auch mal Bock auf ein Stück Kuchen. Dann esse ich ein Stück Kuchen. Obwohl es mir wirklich, manche Sachen sind mir wirklich einfach jetzt viel zu süß. Backen schreibt, habe neulich den ganzen Zucker aus dem Haus gebracht, war er morgen wieder da. War raffinierter Zucker. Wie du hast, du hast den Zucker aus dem Haus gebracht und am Morgen war er wieder da. Sorry, den Gag verstehe ich nicht. Ist es ein Gag? Ich verstehe es nicht. Ich bin doof. Tut mir leid. Ihr wisst, ich bin doof. Mozart schreibt, 10 Zuckerwürfel sind ein Monat Raisin-Abo. Generell, ja, investiert das Geld immer in mich. Ihr habt es ja gerade gemerkt. Ich bin rein kapitalistisch unterwegs. Geht mir nur darum. Gummibärchen sind aber nicht mal vegetarisch. Es gibt eine ganze Menge vegane und vegetarische Gummibärchen. Drei Wochen? Das probiere ich auch mal aus. Übrigens, auch Vegetarier, ich bin jetzt nicht so hart, nie darf irgendein Tier. Das passiert halt mal. Ich habe auch schon Gebäck gekauft und dann habe ich gemerkt, dass da irgendwie Schinken drin eingewickelt ist. Meistens will man es dann gar nicht mehr essen, weil man halt die Hintergründe davon kennt und so weiter und man es auch gar nicht mehr lecker findet, dann packt man es auch raus. Aber wenn ich jetzt mal, das ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie gedacht habe, da wären Zwiebeln so drauf, halt gebratene Zwiebeln auf irgendwas und dann war es gebratenes Hackfleisch, äh, nicht gebratener Schinkenwürfel oder so. Und dann denke ich mir auch so, ja, das nützt ja jetzt dem Tier auch nichts mehr, wenn ich das jetzt wegschmeiße, weil gekauft habe ich es schon und zurückgeben geht nicht. Nein, esse ich es natürlich auch. Ist ja Energie, führe ich mir zu. Also das ist ja dann, was soll es so. Das ist dann auch nicht, so hardcore bin ich nicht. Ich esse auch mal Gummibärchen, wenn die irgendwo rumliegen, ohne zu fragen, sind die denn von Katjes und, also Katjes, glaube ich, macht nur vegan und vegetar, also ohne tierische Gelatine, oder? Keine Ahnung. Ich mache gerne, keine Werbung, ne, Leute. Ähm, drei Wochen, das probiere ich mal auch mal aus. Bei diesem Y-Food steht, es stand sogar drauf, ohne Zuckerzusatz, aber da ist trotzdem mehrere Arten Zucker drin. Ja, das ist, das ist das Lustige, das ist halt so verrückt, ne. Im neuen Quart ist Zucker drin, deswegen kaufe ich den nicht. Ähm, Gasbrenner, guter Einwand. Gucken wir uns gleich natürlich noch an. Ob ich es gekauft habe, verrate ich dann in dem Video. Äh, Industriezucker ist der raffinierte Zucker. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, ne, Zucker ist, es ist einfach zu viel Zucker in unserem System. Und, wenn ihr das mal machen wollt, wenn ihr das mal für euch ausprobieren wollt, probiert's mal, ne Woche. Dann werdet ihr sehen, wie scheiße es euch geht. Probiert's zwei Wochen und ihr werdet sehen, wie gut es euch geht. Also, es ist ein Entzug da. Und vor allen Dingen, ihr müsst das gar nicht durchziehen, ne. Es geht nur darum, um, und auch in diesem Video jetzt hier, ne. Ich hab ne kleine Reichweite, aber ich, ich fühl mich irgendwie verantwortlich, die wenigstens ein bisschen auch für solche Themen vielleicht ab und zu mal zu nutzen. Ähm, zumindest hab ich mich grad mal dazu berufen gefühlt. Ähm, ihr werdet einfach, und darum geht's mir vor allen Dingen, merken, wo überall Zucker drin ist. Wenn ihr einmal einkaufen geht und sagt, ich mach jetzt mal einen Wocheneinkauf, aber ich achte da drauf, dass da nirgendwo versteckter Zucker drin ist. Das ist da mal nirgendwo. Und dann steht ihr da. Und dann guckt ihr auf jedes Produkt, das ihr sonst kauft. Und dann werdet ihr merken, wo was drin ist, wo nicht. Vielleicht ist ja auch eine spannende Challenge, ne. So, ihr guckt und dann, haha, nein, meine Ernährung war ziemlich gut. Äh, nirgendwo versteckter Zucker drin. Nirgendwo ist Industriezwein. Ist super geil. So, das ist doch auch, das ist doch auch spannend für euch, ne. Also, ich fand das super spannend. Ich mach solche Sachen ja gerne auch einfach aus diesem, ja, geht das denn? Kann ich das denn? Ähm, seh ich das? Wie fühlt sich das an? Was ist da so? Ich bin da auch interessiert und experimentierfreudig. Guten Abend, Fries. Ähm, Gastmann schreibt, eine Freundin von, äh, von mir hat ihren Einkauf erledigt, komplett vegan und hat mir, äh, hat mit ihrem SUV ein Rehkitz angefahren, sodass es elendig verreckt ist. Ironie des Schicksals. Finde ich gar nicht. Also, die Connection sehe ich nicht. Weil, das eine ist SUV fahren, das andere ist ein Unfall, der sehr tragisch ist offenbar. Das tut mir auch sehr leid für das, für das Rehkitz, für die Freundin, die war da sicherlich auch ziemlich erschreckt. Und das dritte ist Einkaufen. Niemand ist perfekt. Niemand kann alles perfekt machen. Es geht ja darum, dass man sich eine Sache raussucht. So, und das ist, das geht ja jetzt schon wieder auf, eher auf die Richtung, ähm, Tierwohl, Tierwohl, Umweltschutz, ist auch, gehört auch mit so einem Thema gesunde Ernährung und Selfcare, natürlich, ja. Ähm, vegan und vegetarisch leben hat auch Vorteile für einen selbst. Aber da geht es ja vor allen Dingen um die Sachen von außen. Mir in dem Video hier geht es jetzt erstmal um Zucker. Ich will jetzt das gar nicht zu weit, ich will das fast gar nicht zu weit ausmachen. Ich will gleich Star Citizen zocken. Also, ähm, tue ich mir jetzt diese große Diskussion nicht an. Aber das ist auch immer ein Fehler. So, das eine mit dem anderen, also wenn du das machst, dann musst du auch in jedem anderen Teil deines Lebens perfekt sein, sonst ist das gar nichts wert. Hä? Was? Also entweder alles oder gar nichts. Also entweder lebe ich in einem, in einem, im Wald und ernähre mich von Luft und Liebe oder ich fahre ein SUV und verbrenne die Landschaft mit einem Flammenwerfer oder wie. Also das sind so, na gut, du hast Gasbrenner, ne? Von, ne, nur Spaß, nur Spaß. Du hast das ja auch safe nicht gemeint. So, bist du heute Abend auch dabei? Ähm, wer? Ich? Freeze? Ne, Freeze ist noch arbeiten, offensichtlich. Alles klar. Ja, so viel wollte ich auch zum, äh, würde ich hier auch nur zu den Thematik sagen. Einfach, weil es mir gerade auf dem Herzen und auf der Zunge lag, habe ich gedacht, mache ich kurz. Also ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es immer ein bisschen was anderes war. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Und Ald пол.